Hier am MDC arbeiten mehr als 800 Wissenschaftlerinnen und treiben den medizinischen Fortschritt voran. Mehr als 360 von ihnen kommen aus dem Ausland. Hi, I'm Jean-Yves Tallo. Als Student in Toledo, Ohio in den USA, habe ich über Glück über die Forschung in Deutschland geknüpft. Purely by luck. I was able to win a Humboldt Fellowship and I moved to Germany as a postdoc and now I work as a science manager in our postdoc office. Es sind genau diese internationalen, hochmotivierten Talente, die im Zentrum von unserem Back to the Roots Labor stehen. 20 Lab-Teilnehmerinnen werden zu 20 Botschafterinnen, die sich mit Nachwuchswissenschaftlerinnen in ihren Heimatländern vernetzen und engagieren und ihre ganz persönliche Geschichte von Research in Germany erzählen können. I really think that coming to Berlin was an amazing opportunity for me and I would love to go back home to Serbia and share this experience with my fellow researchers in Serbia and let them know about the advantages that Germany has when it comes to academic research and what Germany has to offer to us. Und zwar in ihrer eigenen Sprache und mit einem Verständnis für ihre eigene Kultur. Denn gerade sie sind ja diejenigen, die vor ein paar Jahren in der gleichen Situation waren und ein PhD-Programm oder eine Postdoc-Stelle gesucht haben und da war Deutschland vielleicht nicht Zielland Nummer 1. Und jetzt können sie zurückgehen und andere inspirieren. Enthusiasme und Ideen sind großartig, aber Vision ohne Funding ist eine Hallucination. Und hier bei der MDC, wir informen unseren Forschern über die Diversität der Forschungslandschaft in Deutschland, aber wir also informieren Informationen über Funding Opportunities. Und mit dieser Informationen, wir unterstützen die Back to the Roots Programme und unsere Young Forschern, so they get tailor-made Information Webinars on Funding Opportunities to support post-academic mobility from their native countries and research cooperation with those countries. Mit unserem Back to the Roots Labor werden wir 20 von unseren internationalen Wissenschaftlerinnen zu hochmotivierten Vorbildern ausbilden. We will experiment with several ideas and share our experiences in our networks within the MDC, the Helmholtz and around Germany. We will train a cohort of science communicators and make them ambassadors for research in Germany. And we will underpin this effort with funding information and research proposal workshops.